Toll, was? Was ist los? Game resumed. Was war das denn gerade? Lol, okay. Na, es ist halt echt voll na. Ja, wir haben einmal in Rot den Zerg hier. Es ist Agile. Und auf der anderen Seite spielt der Gegner Zerg in Blau. Oh, es ist McMonroe. Ja, warum ich mal... Warte, ich kann euch das im Chatverlauf zeigen. Es hat angefangen mit Forgotten Our Matches 3. Ups, all your bills are gonna be revealed. Dann hat er selber gespammt, McMonroe. Hat dann auszusehen auf Pause gedrückt. Und da kam Only a referee can unpause. Die Meldung natürlich. Und der dann einfach auf Go gedrückt und hat gefragt, ob das okay ist. Es ist NA. Wunderbar. Man hat Spaß hier einfach. Die Planetary Fortress bitte aufgebieten. Auf jeden Fall haben sie das Tankeschiebe verstärkt. Der Tank ist das einzig wahre. Planetisch ist O'Quinn und Mech nicht. Das Blatt ist immer bis 5 bis 6 wach. Du hast ja einen geilen Tag. Es ist um 5 Uhr kann man gut auf NA leiderniert. Wenn man das möchte, gar nicht. Du, Flame Hellion Drop. Please not my PF. Trimus bleibt noch etwas wach. Okay. Goody, der alte Panzer General. Ja, gut old Goody. Wisst ihr übrigens, Goody war früher Protoss in Brut War. Kleiner Funfact. Gut auf EU geht's schießt werden. Marines bauen noch mehr Medik. Noch wegen, dass es so gut ist. Wollen wir 40k Space Marine. Außer gegen Ulis. Ja, die Marines gegen Ulis ist ein bisschen schwierig. Ja, wir sehen übrigens Doppel-Expansion bei beiden Seiten. Also wir haben jetzt hier Vollrichtung Makro-Opener. Wahrscheinlich baut eh gleich einer der beiden Riesenauf und Uncircling in. So wie ich NA bisher kenne. Nein, kann gar nicht. Wir haben kein Banning-Nest. Und wir haben kein Gas schon mal vorausgesetzt. Das heißt, die beiden Mineral-Only. Die beiden nur mit Queens und Drones unterwegs. Also wir gehen richtig steil in die Economy bei beiden Spielern hier. Kann ja spannend werden zwischen den beiden. Sagt nein zu Drogen. Terran ist nicht underpowered. Terran ist nicht. Terran ist nicht. Nicht alle. Hast du Bock auf Mikro, nimmst die Protos? Hast du Bock auf Mikro, nimmst die Sack? Hast du Bock auf Reul, nimmst die Terran? Oh, der ist mies. Danke für das Game-Name-Title. Ich bin hier im Cursor. Oh, no problem. So. Ja, wir haben, wie man sieht, bisher nicht viel erreicht. Außer ein paar Queens und viele Drones. Und es gibt mehr Drones und mehr Overlords und Evolution-Chemper. Also wirklich, wir sind noch komplett... Ja, jetzt kommt das erste Gas mal. Wir sehen plus 1 Missile-Attacks für McMondro hier. Aber wir haben wirklich nicht viel verpasst. Es ging halt wirklich nur rein einfach in mehr Drones. Es war wirklich Economy-Geschiebe ohne Ende. Wir sind bei beiden jetzt schon bei 50 Drones hier. Und wir sehen Leertag für McMondro. Auch Agile sammelt jetzt Fleißig Gas. Income-Advantage technisch. Ja, schwingt ein bisschen. Aber noch nicht sehr tragisch. Generelles Income. Mehr Gas gerade für Agile. McMondro hat aber ein bisschen früher damit angefangen. Und die beiden entwickeln sich immer noch weiter. Guck mal, war das bei der Panzerschlacht Luftrohide geworden. Ist immer noch so. Ja, mit Libraiden ist das tatsächlich immer noch so. Okay. Ich habe eine zweite American-German-Schule. Wenn du mein German-Rambling verstehst kannst, kann es ziemlich messer werden, wenn ich kastele. Ich kann ziemlich schnell sprechen. Und das kann sich sehr schwierig sein, wenn du nicht so fluent in German bist. Ich denke, es kann sogar sehr schwierig sein für German-Leute. Ja, wir sehen hier einfach mehr Gebäude. Beide mit ihren fröhlichen drei Hedges. Beide mit ihren... Ja, das ist ein bisschen eine mickrige Woll von McMondro. Aber wie man sieht, Work-Accounts 67, 66. Wir sind voll ausgestattet. Leertag kommt für Agile. Wir sehen eins in Subcrets bei ihm. Wir sehen plus eins bei McMondro. Overlord-Speed kam da noch mit dazu. Wir sehen Roach-Speed bei ihm. Und ja, da wurden mal die ersten Einheiten gepumpt. Wir gehen tatsächlich mal in Army Supply nach fünf Minuten. Das ist so komisch für ein ZVZ, dass beide so harter Makron sind. Aber auf 16-Bit ist das relativ gut möglich. Ich finde, das sind hier der Speedy-Overseer. Mit Speed-Upgrade geht der voll ab. Bist ein alter Leute, das mit Goodie. Das ist echt wurscht. Ja, Goodie jemals Protos. Ist schon sehr, sehr lange her. In der Proof-Warzeit. Wer ist euer Lieblingsspieler? X-Lord, X-Lord, 5-0. Der klassische X-Lord. 5-0. Gott, das ist auch schon so lange her. X-Lords, 5-0. Wir sehen einfach mehr und mehr Roaches laufen vom Band. Wir haben zwei 1-Upgrades unterwegs für McMondro. Und eins sind es gleichbereit hier für Agile. Speed-Upgrade auch bei beiden unterwegs. Da geht es in Heidel ein. Wir haben wirklich... Wir hatten noch keine... Ist überhaupt schon was gestorben? Es sind zwei Länge gestorben. In einem ZVZ nach 6 Minuten ist halt echt noch nichts draufgegangen hier. Die beiden chillen hier echt ihr Leben. Wir sehen sehr viele Overlords unterwegs übrigens. Generell, hier ist mal Vollparty, wie man sieht. Der hat halt alle auf Patrouille, der Wahnsinnige. Na gut, macht die Sache sicherer gegen Ravager. Er eiert halt echt... Der hat eine Webmission, dass es raucht hier. Guckt euch mal das an. Er sieht halt jede Ecke hier. Agile hingegen hat die Rocks mal geöffnet. Geht das lieber mit Creepsbred an. Beide gehen auf einen Lurker-Den. Ist es ein Lurker-Den? Ist es ein Lurker-Den? Ja. Lurker-Den. Und ja, der Speed-Upgrade dreht mal voll ab hier. Wie viele Punkte sich auf der Miniat bewegen, das macht einen wahnsinnig. Ja, Overlord, hier wird man von den Queens abgefangen. Versucht zu fliehen. Kommt weeeeg. Mit zwei Hitpoints. Alter. Ja, Roaches-Abi hier starten wir mal den ersten großen Angriff oder auch nicht. Wir haben 68 zu 68 im Work-Account. Zwei zwei Upgrades unterwegs für Agile. Zwei eins unterwegs für McMondro. Lurker dann auf beiden Seiten kurz... Ja, so. Ich weiß nicht, was los ist mit diesen beiden. Aber die haben einfach echt keinen Bock hier groß irgendwie noch... Äh... Ja. Irgendwie anzugreifen. Sondern es gibt einfach jetzt mal den Harassment-Versuch. Mal gucken, wie erfolgreich der wird. Scarlet feiere ich auch. Innovation. Früher in Control. MMA. Was die Drogen wären, ohne Wind jetzt nicht zu sehen, ist das was? Hä? Winter SC. Deutsche Szene Showtime. Die gute alte Mauer. Tipps in TVD sind aber auch broken, to be honest. Okay, wir haben jetzt hier mal das erste größte Engagement. Roach gegen Roach. Ab geht zur Situation 2.1 hier für McMondro gegen die 1.1 Roaches von Agile. Und das sind auch Ravage dabei für McMondro. Das heißt, dieses Engagement, es reicht nicht ganz. Er verliert hier den Ravage, verliert den Fall, zieht sich jetzt zurück. Hat aber hier noch den Drop. Und der kann eventuell Field Damage an den Drone ziehen machen. Da werden natürlich Einheiten nachgepumpt. Mehr Roaches auf beiden Seiten. Dread Drones wurden hier rausgenommen. Der Overlord lebt noch. Kann noch weiter die Roaches befördern. Übrigens, Beschleunigung vom Overlord ist richtig miserabel. Auch mit Speed Upgrade. Seine Beschleunigung ist einfach unterirdisch. Das heißt, er braucht sehr lange zum Clean. Und wird jetzt hier auch komplett abgefangen. Auch wieder ein Ovi mit seinem Roaches. Aber nächster Ovi ist hier drin. Aber hier sind auch wieder Roaches. Das ist eine gute Defense jetzt hier von Agile soweit. Und McMondro hat da mehrere Einheiten lassen müssen. Geht jetzt hier gerade auf den Lurker. Und hier hat Hydra Groove Spines Upgrade. Und wir haben drei Lurker im Bau. Hydra Speed mit dabei. Plus zwei Spine Crawler. Kommen wir noch mit dazu. An der vierten Basis. Beide haben die vierte Basis mit dabei. Jetzt habt ihr euch auf einen englischen Chat umgestellt. Was ist los, Leute? Plötzliche Language Switch. Okay. Alles klar. Wixler hat gewinnt BO5s 5-0. Ja. Das ist halt... Das war der ursprüngliche Joke. Raven gegen Raven war geil. Nach dem großen Quatsch war toll. Okay. Ja. Wir sehen hier ein bisschen Roche gekotzt. Gegeneinander. Während es hier Lurker stacheln aufeinander. Und McMondro möchte hier aggressiv sein. Aber findet noch nicht so wirklich die Openings. Er hat hier ein bisschen Arrestment Damage gemacht. Aber so gut sieht das für ihn hier gar nicht aus. 3-3 Upgrades unterwegs bereits für Agile. Genauso wie das... Oh. Das... Upgrade hier kommt richtig schnell gerade schon für den Lurker. Und da ist mit dem Lurker in Position. Und Agile sieht auch gut für ihn aus in diesem Fall. Kriegt dann Lurker raus. Und Alex hier nochmal der Go auf diese vierte Basis. Aber Lurker sind euch hier mit dabei. Adapted Fan ist noch nicht ganz fertig. Die Roaches waren einfach komplett gebrockt. Die Hedge geht zwar down. Aber da verliert McMondro so viele Roaches dafür. Das kann sich nicht gelohnt haben für ihn hier. Man sieht es auch allein schon in der Bank. Da ist Agile viel, viel besser aufgestellt. Und auch die Upgrades. Die Upgrades waren richtig fett gleich für ihn. Er hat gleich 3-3 ready. Und McMondro geht gerade mal erst hier auf den Leertag. Das heißt, er wird da einen langen Nachteil haben, was die Upgrades betrifft. Und 3-3 tut halt echt weh. Hier wird mal kurz ein Ubi noch gejagt. So, Stück für Stück für Stück. Er ist halt echt durch die Lücke gefallen. Er hat einen Abgang gemacht. Süß. Ja, wir haben McMondro hier vor dem Max Out. Hat noch einiges in Investitionen, was er tätigen kann. Jetzt mit dem fertigen Hive-Deck. Mehr Lurker gibt es einfach. Lurker-Count. 8 zu 12. Und da kommen nochmal auf beiden Seiten einige mit dazu. 3-3 Upgrades. Warten. Ja. Gleichfertig. Was ist denn das? Doch noch. 20, 30, 30 Sekunden. Die Upgrades dauern halt auch echt ewig. Und da kommt trotzdem der Go von Agile. Ohne die Upgrades hier. Trotzdem mit dem Vorteil mit 2-2. Und direkt Adapted Talents. Und da kommt der Burrow-Move. Aber Overseer fehlt hier ein bisschen. Und das ist schmerzhaft gerade für Agile. Fehlt da auch ein paar eigene Lurker. Beide traden hier fröhlich sich gerade einen ab. Kein Gas mehr übrig bei Agile. Aber er hat nochmal einen Max Out erreicht. McMondro ist noch nicht mal Max. Sondern baut einfach so fröhlich gerade seine Armee auf. Hatte zwei Pern mit dabei. Die sind natürlich jetzt mega wichtig im Lurker-gegen-Lurker-Battle. Dass man abdacken und Pleine clouden kann. Ja, das sind immer noch hier die Ovis unterwegs. Und es ist nicht eine Hydra übrigens. Wurden alle zu Lurkern. Und damit bleiben die Overlords hier einfach bestehen. Ist natürlich auch ganz schön. Und jetzt kommt ein riesen Schwung an Hydras mit nach. Es wurden 18 Hydras gebaut. Die laufen gerade alle hier hoch. Weil da hier ist ein Drop. Aber der sollte abgewertet werden ohne größeren Verluste. Agile hat gerade noch mehr Werker. Und jetzt ist ein hier. Armee sammelt sich hier unten. Gibt es noch den Kreefarm? Ja, den gibt es noch. Aber den meisten Sorks ist der egal. Hier nochmal ein paar Roaches, die abgefangen werden. Und tschüss. Easy clear. Und resources lost technisch. Hat Mac Monroe zweieinhalbtausend. Na ja, 2000. Fast 3000. Er hat 3000 mehr verloren. Meine Mathematik lässt nach. Aber hey, das soll Bock haben. Und auch hier werden noch ein paar Roaches geschreddert. Also Mac Monroe fliegt gerade überall Roaches. Und davon nicht mal wenig. Das tut natürlich mega weh. Wie man sieht, er ist runter auf 150 Supply. Und hat einfach nicht wirklich Bank, um das wieder vollzubauen. Er hat jetzt hier Vipern. Und er hat defensiv Lurker. Also er versucht es wieder so zu spielen. Wie schon gegen Sun Snow. Ich stehe hier einfach rum und warte, bis du auf mich drauf rennst. Ja, mal sehen. Wie gut er das jetzt hier gegen Agile funktioniert. Ist er so Agile, wie sein Name sagt? In englisch sprechen wir halt kurz Winter. Und Musti? Was? Wieso sehe ich von Musti keine Nachricht hier drin? Ach da, jetzt musst du jetzt. Er hat einfach schlechte Spielequalität. Winter ist kein gutes Stream. Okay. Freiheitsland und Zoll. Jetzt geht da so eine Diskussion los. Ah, Leute. Mir ist es wurscht, wenn ihr anschaut. Aber ich warte nicht wegen der Zuschauerschaft meine Sprache ändern. Ich kaste trotzdem auf Deutsch, weil ich möchte ein deutscher Sprache kasten wesentlich wohler fühle, als ich das jemals in Englisch könnte. Daher wird da keine Änderung durchkommen bei mir. Selbst wenn ihr in Englisch im Chat schreibt, würde ich trotzdem Deutsch kasten. Das ist mir egal, weil das ist das Angebot, das dieses Stream hier liefert. Das ist ein deutscher Cast zu WCS spielen. Und das wird auch durchgezogen. So. Gott, die Lurker-Masse hier von McMondro. 16 Lurker. 9 Vipern mit dabei. Und Agile versucht da irgendwie Opening zu finden. Aber es ist halt echt so viel Feuerpower. Beide haben Adaptive Talents. Aber wir haben eben 3-3 gegen momentan 2-1. Also der Upgrade-Vorteil ist richtig fett. Und Agile ist auch im Oversupply auf 211. Da ist nochmal ein Lurker. Okay. Der hat doch ein Laptack. Ist es nicht süß. Ja, jetzt kommen auch andere Vipern mit dazu. Jetzt gibt es also Viperchaos. Kommt der Blinding Cloud. Da gibt es eine Parasitic Bomb. Und da läuft man einmal kurz in die Lurker rein. Und schon gibt es einen megamäßig Schmerz. Da haben richtig schöne Blinding Clouds hier. Lurkerps soon wegzulaufen, sich neu zu kopieren. Nochmal ein Laptack hier mit dazu. Und da macht die Agile-Montan ein paar okay Snipes. Ein paar doch sehr viel Supply verloren. Baut das aber sofort wieder nach. Ja, natürlich das Geld dafür. Ja, Income-Technisch sind sie beide immer noch sehr stark unterwegs. Mit 64 und 60 Drones hier respektiv. Und hier kommt der Go momentan von Black Monroe. Er versucht Agile zu pushen. Aber da kommen wieder die Counter-Bugs auf die Vipern. Und die Vipern sind mega teuer und sind mega wichtig hier in diesem Engagement. Ja, da geht es. Oh Gott, die Lurker. Ja, wie man sieht, einfach nur Massen sterben. Der Damage ist viel zu krass. Trotzdem Agile. Er versucht jetzt hier mit einem Counter-Attack. Und da ist gerade keine Vision da, um das zu sehen. Das heißt, ja, McMurdo, er beahnt schon, dass sowas kommt. Zieht sich da lieber zurück. Lässt hier einen Lurker zurück. Die Basis ist eh kurz vorm Tod und wird jetzt hier auch gleich fallen. Dreimal durchstacheln, dann hat sich das erledigt. Und hier drüben geht es währenddessen drauf. Das sind nur ein paar Lurker defensiv, aber die werden sehr, sehr schnell rausgenommen. Und jetzt hat hier eben Agile momentan die Position. Kann er die wirklich nutzen? Er versucht jetzt hier sehr, sehr offensiv zu positionieren zwischen Natural, dritter und vierter Basis. Aber da wird er abdacknet. Da wird er hier ziemlich, ziemlich krass angegangen. Fehlt da sehr, sehr viel Supplier. Nimmt seine ganze Basis gerade, äh, seine gesamte Bank gerade. Und versucht daraus wieder neue Hydras zu bauen. Er baut auch gerade den Roadshorn neu. Hat er den verloren? Ich bin nicht sicher, woran er den verloren hat. Und wir haben hier zwölf von den Drones. Aber die gesamte Armee von Agile wird hier einmal abgeräumt. Und das heißt, im Resources Lost technisch, äh, ist tatsächlich hier Agile immer noch vorne. Aber 4000 Ressourcen Unterschied hier aktuell. Die Hydras werden ja auch noch starben. Die Lurker kommen sich darum. Agile hat hier zwölf Drones bekommen. Hat die ganze Basis bekommen. Hat auch mehrere Einheiten gekillt. Aber war definitiv kein billiges Unterfangen, was er sich hier geleistet hat. Man sieht jetzt hier, Resources Lost hat sich sehr, sehr angepasst. Beide auf 160 Supply. Aber Agile hat hier noch eine Bank. Und geht gerade auf Doppel-Expansion auf seiner Seite. Er versucht die Basis neu zu nehmen. Aber da ist noch immer der Lurker drin. Der hat noch immer gerade die Basis zersäbelt. Und jetzt kommt der Counter-Go für McMondro. Agile braucht wieder eine neue Lurker-Army. Baut 15 Lurker, 14 Roaches. Und versucht jetzt hier natürlich irgendwie diese Basis hier zu halten. Aber das ist halt schon schwierig. In den Lurker reinzulaufen. Das ist halt nie wirklich den Fight, den man haben möchte. Weipers sind aber wieder mit dabei. Da kommt eine richtig gute Planning Cloud hier. Damit viele der Lurker ausgeschaltet. Nächste gute Planning Cloud. Und das sollte reichen. Die Attacks-Helfen nicht wirklich. Es wird trotzdem das Getschmann nicht ganz durchgezogen. Aber auch McMondro hat hier sehr, sehr viel Supply verloren. Ist das ein... Gott, ist das ein Hin und Her hier? Aber es sind halt Lurker. Man kann den Lurker nicht wirklich gut fighten. Man möchte einfach immer eine bessere Position haben als der Gegner. Und hier ist nochmal zwei Lurker defensiv. Drei Lurker defensiv. Zwei sind es hier nur. Und ja. Sofort selber eingraben und den Gegner zu stacheln. Und die Basis überrennen. Das heißt, Agile jetzt hier zerstört diese Basis. Steht aber auch selber wieder einiges anhalten. Er hatte keine Detection mehr dabei. Das heißt, die Lurker hier machen mega viel Damage gerade in seiner Armee. Die zwei Lurker hatten gerade richtig Spaß. Die wurden nicht detected. Wurden nicht gesniped. Und trotzdem 14 Drones gingen dauernd mehr. Die Basis hier wird nochmal totgestachelt von diesem einen Lurker. Und die Basis hier wird auch noch immer denied von diesem Lurker hier. Also der hat auch 12 Kills. Okay. Dem geht es gut. Waren aber auch Change Dinge, glaube ich, dabei. Und die Basis hier wird am Leben erhalten. Der Lurker wird gekehrt. Das heißt, Agile erhält sich die Basis hier am Leben. Hat immer noch mehr Worker als ein Gegner. Mack Monroe auf 42 Drones. Die Basis konnte er glücklicherweise safen. Die Basis hier wurde jetzt neu genommen. Auch Hauptsache wieder Feuerwerk. Die Basis hier ist noch nicht der Meinung. Das wird jetzt passieren. Die Basis hier wurde auch gesaved. Und die beiden haben noch einen sehr chaotischen Fight vor sich. Beide immer noch auf ihre Lurker Army. Lurker Hydra Roach halt alles, was der Surge so hergibt mit den Vipern als Unterstützung. Und wir sehen hier einfach noch der Overlord. Der patrouilliert auch noch immer die ganze Zeit hin und her. Der genauso. Aber es wurden schon viele Overlords aufgeräumt hier von Mack Monroe. Seine Webvision ist nicht mehr so toll wie am Anfang. Ja, wir haben hier oben einmal kurz einen Lurker Rambai. Und der snappt auch sofort wieder Drones. Kriegt man momentan zwei, drei. Wird man mal mehr geben. Ah, stoppt jetzt hier. Sechs Drones. Sechs Drones mit dem letzten Stachler. Hat er nochmal drei Drones gekillt. Ne, es ist hier worden. Es ist ein Lurker am Start, nämlich an der Natural. Der hat nochmal ein paar Kills geholt. Holt nochmal ein paar Larven mit raus. Und da muss wieder Detection mit erfolgen. Wenn das dann kommt hier der Go. Mack Monroe. Also der macht gerade an mehreren Ecken Stress. Auch hier kommt noch eine neue Lurker mit hingelaufen. Chaos ohne Ende hier wirklich. Die Queens sehen den Lurker. Ich denke sich, yo, irgendwas tut hier ziemlich weh. Wir laufen mal lieber da weg. Und hier haben wir den Go auf die Lurker. Und die ist nicht eingegraben. Trotzdem, die Vipen sind hier mehr dabei. Und das ist kein guter Fight, gerade für Agile. Seine Arme ist hier nicht wirklich kombiniert unterwegs. Wenn man sieht, die Hydras laufen durchs Lurker-Feuer. Da wird Agile wahnsinnig viel Supply. Mack Monroe hat sehr viel Gas, dafür hat Agile sehr viel Mineral Bank. Und man sieht sie überall blicken. Der Fight hier läuft überhaupt nicht gut für den Roten Sorg. Wenn das in der Wacht, der Grau immer noch hier schaden mit diesem Lurker. Der ist immer noch nicht detektet. Nicht gut aus für den Roten Sorg. Inzwischen rund auf 41. Und er findet jetzt mal ein Opening an dieser Basis. Da geht es mal drauf. Die Basis kann er komplett rausnehmen. Das sind eben Lurker nicht in Position. Trotzdem, Agile, er hat sehr, sehr viel verloren in den letzten Minuten. Das lief nicht so gut für ihn. Army Supply technisch. Ja, man sieht es immer. Der Remax und dann wieder der Abfall, wenn man seine Army verliert. Ikonami technisch droppt das jetzt mehr auf mehr Richtung Mack Monroe. Also da hat Agile ziemlich gelitten. Und hat hier wieder nochmal einen Lurker mit drin. Das heißt, seine Basen gerade ständig ohne Mining. Weil immer irgendwo ein Lurker rumsteht, der die Basen harassed. Das ist halt echt nervig. Viel Damage. Die Queens inzwischen hier stehen hier drüben drumrum. Und Simon Michel, vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Echt wirklich. Vielen, vielen Dank. Das ist so ein Sound, auf den ich nicht vorbereitet bin. Ja, Overlord hier. Auch mal tot. Das heißt, wir haben hier nur noch einen Overlord in dieser Hemisphäre. Inzwischen, die anderen wurden alle gesniped. Die Basis hier wird vermutlich wieder gleich sterben. Die Army ist in der Gegend. Okay, Riesenhaufen an Changelingen. Willkommen im Late-Game-ZVZ, wo man einfach so viel Energie auf den Overseer hat. Und so viele Overseer hat, dass man einfach eine Changeling-Flut starten kann. Sieht aus wie ein Lick-Rambai, aber hat keinen Speed-Upgrade. Ist also nicht so eindrucksvoll. Slash-Damage funktioniert übrigens auf Changelingen. Wenn man einen fokussiert, schießt man auf die anderen auch. Kann damit sehr viele töten. Und wir haben jetzt hier... Ja, es ist einfach eine Flut an Overseer. Man sieht einfach, wie wichtig es ist, die Lurker zu sehen jetzt hier für Agile. Er will sich nicht nochmal irgendwie von Lurkern komplett überlaufen lassen. Und da kommt wieder der Move-Out. Und da ist Deckman-Draw nicht in Position. Diese Basis hier wird einfach von den Hydras überrannt. Das liegt mal Lurker mit dabei. Das ist nur Hydra-Rouch. Und die Basis wird ja einfach instant gesniped. Es sind auch viele Overlords. Und das kann ein Problem sein. Da kommen jetzt hier die ganzen Lurker mit dazu. Und Overlords 1, es starben nicht so viele. Es kommt der Parasite-Quamp hier. Die Overseer nehmen ein bisschen Schaden. Die Viper nehmen ein bisschen Schaden. Die Hydras kommen hier problemlos zurück. Mining-Base gesniped. 18 Drones gekillt. Wenn das nicht drüben nochmal Lurker gegen Lurker-Battle. Aber der eine sieht den anderen nicht. Was für beide ein bisschen dämlich ist. Aber eben Splash-Damage ist immer noch ein Thema. Ja, der Lurker wird irgendwann gekillert. Während das ist auch hier ein Lurker. Also die, die random Lurker-Rombeis hier sind einfach nur abartig. Überall stehen die Lurker rum. Und überall gibt es hier einfach Schmerzen. Sehen wir uns hier schon gestorben. Die Basis fliegt auch ständig laufen hier. Der Lurker hat richtig Spaß. Und hier geht es doch mal an ein großes Engagement. Wollen die beiden hier wirklich engagen. Denn hier hat Elchal eigentlich nicht wirklich Lurker mit dabei. Er fightet hier nur noch mit Roach-Heinbar. Da kommt der Dax. Da kommen die Blending-Clouds. Jetzt geht sie tatsächlich drauf. Blending-Clouds Hydras laufen am vordersten Front. Die Lurkers hier wollen den Schaden machen. Aber da sind immer noch sehr viele Roaches, sehr viele Hydras. Jetzt hier die Lurker stacheln nochmal durch. Geht um eine Parasite-Walk-Band-Band-Row. Trotzdem viele Lurky gestorben bei Bank-Mondro. Und eben beide haben nicht mehr wirklich Bank, wie man sieht. Elchal hat immer noch 1800 Millilies. Ihm fehlt es megamäßig an Gas. Er hat das Gas noch gar nicht genommen. Sollte das wieder besetzen. Die Basis hier muss er dringend wieder besetzen. Er braucht so dringend mehr Gas. Das hat er auch selber im Blick. Nimmt sofort hier die Gas-Gas-Serie in Besitz. Aber hier kommt der Push von Bank-Mondro. Er will es jetzt hier wissen mit seiner Lurker-Armee. Es sind hier nur Hydras. Alleine halten halt nicht viel aus. Da gehen noch mal Pels und die Bombs mit raus. Leine Cloud kommt mal auf die Lurker. Das heißt, die fighten hier nicht so gut. Reicht das hier? Da kommt aber die Pels und die Bombe. Die ganzen Overseer gehen hier down. Es leben noch gerade so drei. Und es reicht, um die ganzen Lurker hier zu clearen. Oder auch nicht so ganz. Nochmal zwei Lurker mit dabei. Knappe Geschichte immer noch. Da geht es nochmal mit der Parasy-Bomb auf den letzten... Der letzte Overseer mit 16 Nit-Points. Einmal kurz umdrehen und ins Gesicht schießen. Dann ist das Ding doch auch endlich tot. Aber nein. Er entscheidet auch immer im Vorwärtsgang. Beide inzwischen runter auf... Ja, etwas über 100 Supply. 103 zu 119. Also, da ist nicht mehr viel übrig. Die beiden haben sich schon so viel geklebt. Da kommt einfach ein Abtakt auf den Overseer. Und bam, damit keine Detection mehr. Äh, wie sieht es jetzt aus bei den beiden? Income-technisch ähnlich miserabel bei beiden. Und Army-technisch auch ähnlich miserabel bei beiden. Ist doch super. Immer noch überraschend ausgeglichenes Match. 3-1 Upgrades zu 3-3 Upgrades. Schon die ganze Zeit hier. Keine weiteren Upgrades kommen mit dazu. Die beiden punkten eigentlich nur Einheiten. Drones und weitere Hedgerys. Mehr wird hier nicht gebaut. Investitionen-Tech. Was ist das? Budorz braucht kein Mensch. Ulys braucht auch kein Mensch. Wir bleiben bei Lurker. Denn Lurker sind die Vollendung der Zerg-Army. Ja, hier haben wir Tins-Use, damit die Basis länger lebt. Und hier der Versuch eben einer neuen Basis. Die Basis hier ist endlich wieder am Minen. Wir haben die Basis hier, die neu gesetzt wird. Und die Basis hier unten, die für McMurray sehr, sehr wichtig ist. Aber noch kein Gas besetzt hat. Das muss er definitiv noch nachholen. Denn er hat inzwischen gar keine Bank mehr. Beide haben fast keine Bank mehr. Da ist nichts mehr übrig. Alles ausgegeben. So, nochmal Change-Dinge clearen. Wir schauen mal kurz ins Units Lost-Tap. Was gibt es da? Das ist zu entdecken. 26 zu 38 tote Lurker. Hat was. Drei tote Hedges zu zwei tote Hedges. Viel tote Spork-Haller tatsächlich. Also da war sehr viel Static-Defense-Tech gekleert worden. Tote Overseer, 14 Stück zu 5. Drei tote Weibern zu 5. Und ein paar Queens-Tech-Storms. 39 zu 46 tote Drones. Und in 2. Und auf der anderen Seite 10. Hier nochmal Roadshorn bei. Auf die Mining-Version unten. Das sind Lurker. Aber die sind nicht in Position. Die Lurker sind ein bisschen zu weit weg von den Roaches. Äh, von den Drones. Ja, jetzt eigentlich auch von den Roaches. Und damit gibt es hier einfach ein Massensterben wieder. 8 Drones instant gesniped. 10 Drones instant gesniped. Und die Lurker helfen jetzt hier noch nicht mehr aus, dass sie nicht eingegraben sind, die vollen Viecher. Während das geht eben das Engagement hier nochmal los. Also da stellt sich Agile sehr aggressiv auf. Da ist eine Viper mit dabei. Kommt dann in der Pursch-Ding-Kont. Nein, anstattdessen. Äh, die Viper steht einfach so dumm in der Gegend rum. Kann man auch mal machen. Die Roaches hier wurden inzwischen vertrieben. Aber haben 11 Drones an Schaden gemacht. Und das ist halt echt viel zu dieser Phase. McMonroe hat nochmal nachgedrohnt. Drones auch jetzt nochmal höher. 51 zu 44. Die beiden hier. Die beiden eilen hier immer noch fröhlich vor sich hin. Viper-Count. Wie sieht es denn aus eigentlich? Wir haben 11 Viper zu einer einzigen. 10 Lurker zu einem Lurker. Wir haben eigentlich wirklich nur die Roach-Hideware-Army von Agile gegen die Lurker-Army von McMonroe. Das ist so die Army-Komposition, die aufeinander treffen. Und beide sind zu stu, um hier irgendetwas inzwischen zu spielen. Beide wollen das jetzt hier mit Do or Die so beenden. Entweder ist meine Komposition besser oder deine. Wir finden das jetzt hier raus. Und ich weiß nicht, ob das nächste Engagement so gut läuft hier für den Zerg in Rot. Er versucht trotzdem Blinding-Clouds gehen drauf auf die Lurker. Er kann natürlich umpositioniert werden. Aber nein, momentan die Lurker waren ziemlich gut überrannt. Jetzt ist nur noch das Rest-Supply übrigens an Hydras und Roaches. Aber Blinding-Clouds kommen raus. Die ganzen Weipern in der Luft helfen jetzt hier auch herzlich wenig. Da müssten mehr Blinding-Clouds kommen. Die Weipern haben auch so viel Energie und nutzen die nicht. Wieso setzt hier McMonroe keine Blinding-Clouds? Jetzt kommen die Blinding-Clouds. Die kommen aber sehr, sehr spät hier. Die Hydras sind alle low, aber die schlagen sich hier gerade durch das Army-Supply durch. Und ich glaube, McMonroe ist jetzt hier einfach gebrochen. Er verliert jetzt hier eine wichtige Mining-Base. Hat hier seinen Kahn der Army verloren. Seine Weipern wurden auch ein bisschen dezimiert. Er hat halt echt keine Blinding-Clouds für das Engagement geworfen. Das wäre so wichtig gewesen. Aber nein, er hat einfach seine Weipern. Man sieht, die Flanagie, die ihn noch übrig haben. Da wären noch so viele Spells drin gewesen. Aber einfach nicht genutzt. So mit 18 Drones und eine Basis-Tod. Und das sieht für McMonroe überhaupt nicht mehr gut aus. Er hat jetzt zwei Minerals, aber kein Gas. Okay, er sammelt jetzt hier aber auch... Er sammelt nur von einem Gas. Also die beiden sind wirklich gestresst in ihrer Situation. Nach 26 Minuten ZVZ hier. Und das ist nur Map 1 zwischen den beiden. Also ich habe gerade keinen Plan, was übrigens im Chat-Up geht. Ich habe das gerade so aus dem Augenwinkel irgendwas von Chaos gesehen. Ich spiele das Game doch gar nicht. Ich glaube, von wegen totales Chaos. Hier drüben einmal Run-By auf diese Basis und einmal Tote-Basis. Aber hier drüben gleiche Geschichte. Das heißt, beide nehmen sich jeweils eine Mining-Base raus. Und auch einiges. Ein bisschen was an Drones. Also hier die Drones, die sollten gleich gefinisht werden. Ich denke nicht, dass Agile den kommen lässt. Und das ist ein wichtiger Schlag hier für ihn. McMonroes Economy runter auf... Was sind das? 20 Drones, die noch übrig sind. 22. Hier eigentlich geht es nochmal weiter. Auch hier war ein Drones-Arrest. Also Hauptsache, ihr vernichtet euch ständig die Economy gegenseitig. Wir haben noch 140 zu 130 das Ami-Supply. Ja, und inzwischen... Die Basis ist auch tot. Der Lurk hat hier eigentlich nochmal Spaß. Der macht die Lurk... Die Roaches sind ziemlich fertig. Die Basis hier wurde gesniped. Und somit... Ja, was haben die beiden noch in Economy? So quasi nichts mehr. Er sieht bei beiden... Ja, wir haben 500-708. Und das ist halt echt... Es ist... Es ist traurig wenig Economy bei beiden. Ami-Supply-Technisch sieht es besser aus für Agile. Und baut jetzt wieder auch mal ein paar Lurken mit dazu. Gott, Gott. Bei euch geht schon die Sonne auf. Wo seid ihr denn? So. Okay. Nächstes Engagement. Nächste Blinding Clouds. Und ist das jetzt die Entscheidung? Ich glaube, da wird Meck'n'Row einfach überrollt. Es sieht gut aus. Da wird Meck'n'Row einfach überrollt. Und damit hat sich, glaube ich, die erste Map dann auch erledigt. Es kommt einfach nichts mehr nach. Mit 20 Drones ist halt wirklich nichts mehr. Da kommt das GG. Und actually macht das nach 28 Minuten das 1 zu 0 hier. Gott, Gott. Ja, NA. NA Games. Chaos. Chaos pur. In Rot. Es ist Agile. Wie gesagt, beide haben Hedgecars Pool gespielt. Wir haben da nichts verpasst. Auf der anderen Seite in Blau. Es ist Meck'n'Row. Der sehr, sehr gerne defensiv Lurker spielt. Bis er dann eben die Upgrades so weit ready hat und die Armies so weit ready hat. Und dann wird er mit den Lurken megamäßig aggressiv. Also es ist ein interessanter Style. Ist Overwatch ein Shooter? Ich gehe davon aus. Es fühlt sich sehr Shooter-ry an. Es gibt viele Charaktere, die auf Fun-Kampf gehen. Team-based Objective-Shooter. Würde ich das jetzt bezeichnen, Overwatch. Aber weiß nicht. Das kann jeder sehen, wie er selber will. Als weiteres hättest du Overwatch eingeordnet, ATH. Das würde ich jetzt gerne wissen. Okay, wir haben Drones. Ein Drones unterwegs für eine dritte Basis. Wir sehen einen Roach Warren und Evolution Chamber bei McMonroe. Und 1-1 Upgrades für Agile, aber Melee-Attacks. Link Upgrade, Bending Upgrade. Und da kommen auch die Linge. Lass nicht allzu lange auf sich warten. Damit soll es dann losgehen. Natürlich gegen Roaches. Das funktioniert nur bis zu einer gewissen Masse. Sobald es zu viele Roaches sind, haben die Linge einfach nichts mehr zu melden. Und da kommt halt die volle Link Upgrade-Schiene hier. Mit Speed Upgrade und 1-1. Dritte Hedge natürlich für mehr Link-Produktion. Wir sind auf 30 Drones. Und denke, Bending Nest werden wir noch mit dazusehen. Bei 50 Gas. Aber es wird kein Gas mehr gesammelt. Ich liege falsch. Es gibt nur noch Minerals. Das heißt, es gibt nur noch Linge. Es wird einen riesen fetten Linge-Angriff geben. Mit einem richtig fetten Timing. Und McMonroe, Scouting-Info-Technisch? Nein. Das wird erstmal nichts. Ja, und die Linge sammeln sich hier. Sammeln sich mehr und mehr und mehr. Die dritte Basis ist gleich noch fertig. Die Upgrades hier inzwischen. 80 Sekunden durch. Die letzten 40 laufen runter. Speed Upgrade und 1-1 wird halt gleichzeitig fertig. Und dann geht es halt auch richtig zur Sache. Der Stream hat 3 Minuten Delay. Das ist Vorschrift. Das muss ich. Da kann ich nichts dagegen machen. Mich nervt es auch megamäßig, dass ich die 3 Minuten Delay habe. Aber Online-Turniere, Stream-Cheating. Na. Jo. Ein paar Roaches unterwegs. Und die werden gleich ihr blaues Wunder erleben. Denn die Masse setzt sich in Bewegung. Wie man sieht. Carapace unterwegs. Metabolic Boost unterwegs. Und das Attack-Upgrade ist nicht weit hinten dran. Und die Roaches sagen gleich Hallo. Aber die Linge laufen einfach den Roaches vorbei. Denken sich. Jo. Ihr seid es mir doch egal. Da kommt der Counter-Attack. Und sofort kommt das GG. Er will es sich noch nicht mal antun. Haut sofort das GG raus. Und damit 2 zu 0 hier für Agile. Warum habe ich FPS-Probleme, StarCraft? Why? Kannst du mir das mal erklären? Das macht gar keinen Sinn.